Musik Eingesperrt in einem begehbaren Kühlschrank bei minus 110 Grad. Keine Szene aus einem Horrorfilm, sondern Alltag für die deutschen Athleten im Bundesleistungszentrum Kienbaum. Doch was treibt die Sportler freiwillig in die arktischen Temperaturen einer Kältekammer? Musik Zwei Stunden zuvor. Zusammen mit den anderen Turnerinnen der deutschen Jugendnationalmannschaft bereiten sich Kim und Nicole auf die nächsten Wettkämpfe vor. Die beiden Mädchen sind Hoffnungsträgerinnen. 2016 sollen sie bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro turnen. Musik Nach dem Training werden Kim und Nicole regelmäßig in die Kältekammer geschickt. Durch die extremen Minusgrade soll die Regeneration gefördert und Muskelkater abgemildert werden. Effektiver als beim einfachen Dehnen. Ist es richtig schmerzhaft? Ja, nach einer Weile schon. Also es tut nicht unbedingt weh, man muss sich halt auf sich selber konzentrieren. Für mich ist es schon irgendwie schmerzhaft, weil ich war gestern das erste Mal drin. Und dann mal gucken, wie es halt wird. Seit drei Jahren gibt es das sogenannte Eislab im Bundesleistungszentrum Kienbaum, 50 Kilometer östlich von Berlin. Bundestrainerin Ursula Koch hat es selbst ausprobiert und war begeistert vom Effekt. Also für mich war es ein echtes Abenteuer, weil ich nicht wusste, wie mein Körper reagiert oder wie ich selber darauf reagiere. Ich habe also am Anfang vergessen zu atmen, weil ich eigentlich so beeindruckt war von dem, was in der Kältekammer da abgeht. Ich war dann froh, als ich wieder draußen war, aber danach ist mein Körper fast explodiert und es war schon ein großes Gefühl. Pflichtkleidung in der Kältekammer sind Handschuhe, Mundschutz und Stirnband, damit sich die Turnerinnen keinen Gefrierbrand holen. Denn im Eislab sinkt die Temperatur der Haut auf 15 Grad ab. Dadurch pumpt das Herz schneller und die Muskulatur wird besser durchblutet. Restlos wissenschaftlich belegt ist der Effekt der Kältekur aber nicht. Was da wissenschaftlich jetzt 100% von erforscht ist, kann ich leider auch nicht sagen. Aber wir haben sehr viele Athletinnen, die ein gutes Gefühl danach haben und auch angeben, dass es dann vom Training her am nächsten Tag besser ist. Freut ihr euch auf die Kältekammer? Ja, geht's. Drei Kammern müssen Kim, Nicole und die anderen Mädchen durchlaufen. Die erste und zweite Kammer mit minus 10 und minus 60 Grad dienen zur Eingewöhnung und sind noch harmlos im Gegensatz zum letzten Raum des Eislabs. Finde die nächste Kammer. In der dritten Kammer mit minus 110 Grad soll jede Turnerin so lange bleiben, wie sie die Kälte ertragen kann. Geht's euch gut? Ja. Sie bleiben so circa zwei Minuten, bis maximal zwei Minuten. Wenn's ihnen nicht so gut geht, kommen sie früher raus. Ihr habt zwei Minuten? Diese Mädchen waren tapfer. Alle haben bis zum Schluss durchgehalten. Wie fühlst du dich jetzt? Irgendwie erfrischen da. Nur meine Füße sind ein bisschen kalt. Dabei waren ihre Füße bei minus 110 Grad noch am besten geschützt.